So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke eine neue Folge Pokémon GO und es ist eine Info zum Community Day zum nächsten. Jetzt am Samstag, also den jetzt so vorgestern, den vergangenen Samstag war ja erst der Community Day mit, habe ich vergessen, mit Scala Fleckmon genau und Fleckmon normal. Und jetzt ist schon der nächste Community Day angekündigt, das heißt man kündigt das jetzt an. Und eine Woche vorher weiß gar keiner mehr, dass es überhaupt Community Day ist. Das ist super von der Yentic, dass sie das jetzt immer so machen. Und es gab ja auch einen League, der die nächsten Community Days nicht nur mit Datum zeigt, sondern auch thematisch, inhaltlich. Und da stand schon was von Togetic. Abwarten, es ist Togetic. Da stand aber auch im April, der Classic Sea Day ist wohl Quiekel. Und im Mai, falls Mai nach April kommt, ist es Fynx. Fynx, Fynx, der Fuchs. Auf jeden Fall ein Starter, der neu als Shiny eingeführt wird. Mal gucken, ob das alles so passt. Bis jetzt haben die letzten Leaks auf jeden Fall immer gestimmt. Und jetzt eben auch Toggeti, äh Toggetik, Toggeti gibt es gar nicht. Toggeti, das Baby. Da wird sich natürlich der 1-2-3-Kid sehr freuen. Und das ist jetzt die Weiterentwicklung hier, Toggetik. Und ist jetzt kein neues Shiny. Gab es ja natürlich schon zu diversen Events und alles. Ist aber ein relativ cooles Pokémon, ein relativ nützliches Pokémon. Gerade auch in der GBL wird es oft genutzt. Dann die Weiterentwicklung Toggetik zur Meisterliga hin und her. Ich habe das ja auch immer drin. Und ja, passt zum Frühling auch. Hat Flügel, ist eine Fee, kann auch fliegen. Wird auch als Räderangreifer öfters mal genutzt, das Toggetik. Das Ganze findet statt am Samstag, 15. April, 14 bis 17 Uhr. Tragt euch also mal ein in euren Kalender. Dass nicht wieder jeden Abend die Frage kommt, wann ist nochmal Sea Day? Wann startet das Event? Wann ist das? Wann ist hier? Wann kommt das Essen? Also, tragt euch immer ein in den Kalender. Samstag, 15. April, 14 bis 17 Uhr. Wird für mich wohl heißen, wieder eine Stunde Spaziergang mit Pupsi. Falls ich das bis dahin noch kann. Wilde Toggetik erscheinen vermehrt mit einer exklusiven Attacke. Und zwar, entwickelt Toggetik während des Events oder bis zu 5 Stunden danach, damit euer Toggetik die Ladeattacke Aurasphäre erlernt. Aurasphäre kenne ich bis jetzt so von Lucario. Habe ich, glaube ich, noch nie eingesetzt. Weil ich bei denen trotzdem immer, wenn ich in der GBL was gemacht habe, Steigerungshieb hatte, Aurasphäre trotzdem aber eine gute Kampfattacke, dass Toggetik dann jetzt mit Kampf Aurasphäre kommt. Wird sich wahrscheinlich auch wieder auf die GBL auswirken. Das ist ja eine Fee. Das heißt, da kommen immer Stahl-Pokémon und wollen der Fee an die Brie. Und so könnt ihr mit Aurasphäre Kampf gegen die Stahl-Pokémon wieder punkten, wo ihr sonst ja eigentlich gar keinen Schaden macht. Das heißt, dieses ach so starke Pokémon wird durch die Attacke noch stärker, noch krasser, dass es sich nicht nur gegen fast alles durchsetzen kann in der Meisterliga. Es kann sich auch noch gegen seine bisherigen Konkurrenten, die ihn niedergeknüppelt haben, durchsetzen jetzt und gut wehren. Das ist auf jeden Fall genial. Es wird wieder eine Forschung geben, also ein Ticket, eine 1-Euro-Forschung. Die letzte hat es wirklich in sich gehabt, die war richtig krass. Ich sage ja sowieso, wenn ihr nicht wisst, was wie wo, diesen 1 Euro im Monat sollte man schon für sein Hobby übrig haben. Und könnt ihr natürlich auch verschenken, wenn ihr mehr als 1 Euro übrig habt. Event-Boni. In letzter Zeit ist das ja auch fast alles. Eigentlich alle Boni, die es gibt, werden da am Siede immer zusammengehäuft. Doppelte Fang-Bonbons, erhöhte Chance, doppelt so hohe Chance. Beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31 auf XL. Also normale Bonbons, XL-Bonbons, alles erhöht, geboostet. Rauch hält 3 Stunden. Lockmodule halten 3 Stunden, wie immer. Ein zusätzlicher Spezialtausch, was sehr wichtig ist, gerade für Leute mit vielen Glücksfreunden, die an dem Tag sowieso andere Leute treffen und vielleicht da jemand dabei ist, mit dem sie noch tauschen wollen. Dass sie da eben gleich 2 Trades machen können. Das hat jetzt beim letzten Siede auch gut geklappt. Mit Marco Felix und Riese habe ich gleich 2 am Tag weggemacht. Adi, Schatz. Dann Eier, die während des Events in die Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen 4 mal so schnell. Ist jetzt nicht mein Lieblingsbonus. Ich nehme da eher Staub oder so mit. Dann gibt es wieder Schnappschüsse, die ich jedes Mal vergesse. Guess und Togepi können aus 2 Kilometer-Eiern gebrütet werden. Togepi können aus 2 Kilometer-Eiern schlüpfen, die ihr während des Event-Zeitraums erhaltet. Bei Togepi, die aus diesen Eiern schlüpfen, besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Pokémon wie bei den Togetic, die während des 3-stündigen Community-Day-Zeitraums erscheinen. Also für alle, die das Baby noch nicht in Shiny haben oder die halt trotzdem gerne brüten und das cool finden, vielleicht auch ein Hunderter haben wollen, nutzt die Chance, dreht euch die Eier, dreht die Eier bis zum Erbrechen, schlüpft kleine Togepies. Mal gucken, eine Sea-Day-Shiny-Rate an Togepi aus 2 Kilometer-Eiern klingt auch irgendwie brutal und krank. So, Bonus-Raid-Kämpfe, natürlich dann nach Abschluss. Wenn 17 Uhr der eigentliche Community-Day vorbei ist, habt ihr von 17 bis 22 Uhr noch die Möglichkeit, diese Stufe-4-Raids zu machen, um euren Sea-Day noch zu verlängern. Habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Halte ich auch nichts von. Wenn ihr so einen Vierer-Raid vor Ort, zu dem man nicht einladen kann, besiegt, erscheinen also 30 Minuten lang im Umkreis der Arena weitere wilde Togepies, die auch eine erhöhte Shiny-Rate haben. Wem also 3 Stunden nicht reichen, wer noch mehr will, sollte halt mit solchen Raid-Kämpfen den Togepies-Sea-Day verlängern. Der Beitritt mit Fern-Raid-Pässen ist nicht möglich, steht hier nochmal da. Bonus für den Sieg in Raid-Kämpfen stand eigentlich oben schon alles, steht hier nochmal. Ja, egal. Es wird wieder eine befristete Forschung geben. Wie bei Gala Fleckmon. Und Fleckmon hattet ihr ja nicht nur die Spezialforschung, im Spezialforschungstab, die ihr für 1 Euro kaufen konntet, ihr hattet auch im Heute-Tab eine befristete Forschung, die während des Sea-Days aktiv war, um an die King-Steine zu kommen, die Entwicklungs-Items, die ihr benötigt hattet, um ein paar zu entwickeln. Toge-Tick zu Toge-Kiss benötigt Sinosteine. Auch die wird es dann wieder geben. Schließt die Aufgaben ab, die mit dem Fangen von Pokémon zu tun haben und erhalte bis zu 5 Sinosteine. Finde ich gut von der Yentick, dass sie das so machen, euch das ermöglichen. Ihr müsst nicht vorher irgendwelches sammeln, ihr kriegt einfach an dem Tag sozusagen 5, für ein paar lausige Pokémon, die ihr fangen und könnt dann gerne ein paar entwickeln. Feldforschung, ihr könnt Feldforschungsaufgaben zum Sea-Day abschließen, fangt Toge-Tick, um Belohnungen wie Sternenstaub, Hyperbälle und mehr zu erhalten und dann gibt es auch wieder Sticker. Ihr erhaltet Event-Sticker, wenn ihr Pokestops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich. Ich habe meinen 100er auf 50 in der Meisterliga immer. Muss ich mal schauen, ob ich noch einen 100er vielleicht habe oder kriege, was ich entwickeln kann für die Attacke oder ob ich mir die Attacke dann mit einer Top-Lade-TM hole oder ob ich die gar nicht brauche, die Attacke, weil die irgendwie dann jeder hat und deswegen dann gar keiner mehr Stahl-Pokémon einsetzt. Vielleicht kommt es auch so, es gibt dann gar keine Stahl-Pokémon mehr und alle spielen nur noch mit Kampf und dann komme ich. Das ist... So werde ich es wahrscheinlich machen. Ansonsten ist kein neues Shiny, ist trotzdem ein super geniales Pokémon. Boni mit dem Schlüpfen passt dazu, weil man ja das Baby schlüpfen möchte und brüten möchte, aber schreibt ihr mal dazu, wie ihr den Seeday findet. Habt ihr da Bock drauf? Ich bin mal gespannt, wie das bei uns dann wird und ob die anderen zwei dann auch stimmen. Dann wird das nächste Neue nämlich dann erst wieder Fünx sein. Aber ja, das war es jetzt kurz von meiner Seite aus. Heute noch Max Out Monday und auch abends der Chill mit Ramses Stream. Bis dahin, Peace out for Hout, euer Ramses. Peace out for Hout. Peace out for Hout.